Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klemmbausteinbaus. Und zwar hat sich ja in letzter Zeit das eher so gebildet, dass von den Technik-Sets von Lego wirklich nur noch die kleinen Sets empfehlenswert waren. Die großen Sets behandeln andere, ich kümmere mich hier um die kleinen Sets und zeige euch, ob das wirklich jetzt auch noch so ist. Und um das auf den Prüfstand zu stellen, habe ich mir mehr auch Sets natürlich gekauft. Heute gibt es die Review zur Lego Technik 42132 ab 7 plus geeignet, das Motorcycle. Ist ja aus der aktuellen Technik-Reihe Anfang 2022 mit erschienen und kostet um die 10 Euro, je nachdem wo ihr es kauft, im Händler von nebenan vielleicht mal 11 bis 12 Euro. Im Netz um die 10 Euro beim billigsten Preis. Und zwar haben wir hier ein Technik-Set mit einem A- und einem B-Modell. Wir haben so eine Art Chopper quasi und haben nochmal ein anderes Motorrad. Wie immer leider die Anleitung vom B-Modell nur online zu finden. Es wird wahrscheinlich, egal wie sehr man darum meckert, leider nicht mehr anders werden. Wenn wir uns jetzt die Box anschauen, haben wir hier oben nochmal ein 1 zu 1 Abbild vom Reifen. Finde ich immer ganz cool im Größenverhältnis einzuschätzen. Dann sehen wir, die Box hat leider noch einen kleinen Schaden schon gehabt. Wenn wir uns dann die anderen Seiten anschauen, gibt es da wenig Spannendes zu sehen. Und was auf der Rückseite eines Technik-Sets mehr oder weniger ein bisschen erschreckend ist, ist, wir haben keine einzige Technik-Funktion drauf abgebildet, sondern nur das B-Modell. Kann natürlich auch bei diesen kleinen Boxen immer mal der Größe geschuldet sein. Ich hoffe, dass wir, wenn wir das ganze Bauen rausfinden, dass es doch die ein oder andere Funktion noch hat. Gerade der Traktor aus der letzten Technik-Welle war ja auch so ein kleines Set und der hatte ja doch einiges an Funktionen. Und da hat man einfach gemerkt, dass da ein bisschen Liebe reingeflossen ist. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt hier bei diesem Motorrad ist. Ich würde sagen, ich mache das Ganze auf jeden Fall mal auf und wir gucken uns an, was sich so darin verbirgt. Und in der Box haben wir natürlich die Teile-Tüten. Wir haben hier drei Teile-Tüten an der Zahl, haben einen kleinen Sticker-Bogen. Ist in dem Fall natürlich nachvollziehbar und nicht allzu schlimm. Ich meine, es ist ein kleines Spiel-Set. Trotzdem wäre es natürlich cooler, wenn es bedruckt ist. Dann haben wir die zwei Reifen und die gefallen mir sehr gut. Das sind wieder so schöne Gummireifen, also wirklich auch diese weichen Gummireifen. Und dann haben wir natürlich noch die Anleitung. Die macht natürlich Lego-typisch einen sehr hochwertigen Eindruck. Beachte aber die Dicke im Vergleich zur Größe. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Bauschritte es hier wieder auf die paar Teile gibt. Ansonsten ist die Anleitung klammergebunden und wie gesagt Lego-typisch sehr hochwertig. Ansonsten haben wir nochmal die typische Lego-Erklärung, wie man die richtigen Achsen rausfindet. Und auf den letzten zwei Seiten haben wir quasi nochmal die Teile-Liste. Könnt ihr ja gerne nochmal das Video an der Stelle anhalten, wenn ihr euch die reinziehen wollt. Ansonsten haben wir ernsthaft auf diesem kleinen Modell mal wieder 60 Seiten mit 78 Bauschritten an der Zahl. Ich muss glaube ich nichts mehr dazu sagen. Es wird echt immer lustiger, was sich bei Lego Technik nennt. Ich meine klar, es ist ab 7 plus geeignet, auch nach der Box. Aber das hat halt nichts mehr mit Technik zu tun. Da verbaut man ja wirklich gefühlt ein Teil pro Bauschritt. Aber naja, da müsst ihr ja alle selber wissen, ob ihr das jetzt gut findet oder nicht. Aber ich würde sagen, wir haben schon wieder so viel rumgelabert. Ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen. Und wir sehen uns dann gleich mit dem fertigen Set wieder. Ich meine, man muss bei so einem Set nun wirklich keinen Zwischenbauschritt zeigen. Und dann gibt es wie immer meine Meinung dazu und eine Kaufempfehlung oder eine Kaufempfehlung. Ihr kennt das ja mittlerweile. Und ich wünsche wie immer viel Spaß. Und fertig ist die Lego Technik Chopper aus 163 Teilen. Und beim Bau ist mir so ein dunkelgrauer Liftarm aufgefallen, den ich so noch nicht gesehen habe. Und zwar ist das dieser Liftarm hier. Ich zeige euch den auch gerne nochmal in der Anleitung. Das ist genau dieses gute Stück hier. Und zwar ist dieser Liftarm tatsächlich ein niegelnagelneues Teil, was es vorher von Lego noch nicht so gab. Ansonsten ist der Bau natürlich von so einem kleinen Set sehr schnell vorübergegangen. Und das liegt natürlich einerseits daran, dass es eben nur ein 10 Euro Set ist. Aber im Endeffekt heißt es eben auch, dass der Bau sehr viel Spaß gemacht hat. Es gibt nur wirklich einen Baumangel bzw. Konstruktionsfehler. Obwohl Fehler da eigentlich falsch gesagt ist. Es gefällt mir in der Form einfach nicht so wirklich gut. Und zwar haben wir ja hier unten diesen Sitz gebaut. Und der woppelt halt hier so rum. Das ist im Regal jetzt nicht wirklich schlimm, wenn man es hinstellt. Aber natürlich, wenn man damit spielen will, kann das nervig sein, wenn der hier unten so rumwoppelt. Oder auch wenn man das dann dreht, wirklich hier nach vorn klappt. Das ist natürlich kein riesengroßes Ding. Aber beim B-Modell zum Beispiel sieht das hier hinten befestigt aus. Wo wir dann halt mit diesem Problem in Anführungszeichen einfach nicht zu kämpfen haben. Und deshalb hätte ich es cool gefunden, wenn man hier halt noch eine Lösung gefunden hätte. Und wie gesagt, im Regal stört das natürlich nicht. Aber für mich ist es eigentlich eher ein Spielset. Auch wenn man es im Regal nicht verstecken müsste. Und wenn wir schon darüber reden, reden wir über das Aussehen. Und ich finde, das ist in der Größe und den Proportionen wirklich sehr gut für einen Chopper gelungen. Auch die Farben finde ich ganz cool. Aber natürlich hätte sich Lego in dem Fall die blauen und die gelben Pins und Achsen gerne sparen können. Und ich finde auch das B-Modell sieht zumindest auf der Verpackung cool aus. Und es wird sich, wenn ihr es zu Hause vielleicht mal selber baut, höchstwahrscheinlich auch bestätigen. Aber was das Thema Achsen und Pins angeht, muss man ehrlich sein. Wir reden über ein Lego-Set. Also bleiben wir mal realistisch. Sehr cool finde ich auch die breiten Reifen. Also das sind hier wirklich richtig schöne breite Reifen. Und was auffällt, wir haben hinten einen breiteren Reifen als vorn. Was zu dem Thema Chopper natürlich sehr gut passt, zum Thema Custom Bike vielleicht ein bisschen weniger. Und diese breiten Reifen sorgen im Endeffekt auch dafür, dass die Chopper wirklich gut steht. Also klar, man kann sie schon umwerfen. Aber die hat einen relativ guten Stand. Also die kann schon mal ein bisschen rumwackeln, bevor sie wirklich umfällt. Weil da hatte ich mir ein bisschen Sorgen gemacht am Anfang, weil hier kein Ständer verbaut ist. Aber durch die breiten Reifen haben wir da, wie gesagt, relativ wenige Probleme. Wir haben auch bei diesem kleinen Set hier ein paar Funktionen. Und eine davon, finde ich, ist ein richtiges Highlight. Aber reden wir erstmal über das andere. Und zwar haben wir ja hier natürlich eine Lenkung drin. Der Lenkradius könnte jetzt ein bisschen größer sein. Aber das ist Meckern auf hohen Niveau. Es funktioniert und macht trotzdem Spaß. Super cool ist die andere Funktion, die wir hier drin haben. Was auch so gleichzeitig so ein bisschen die Hauptfunktion ist. Und zwar haben wir hier ja diese eingebaute Kette, die im Endeffekt einen mitlaufenden Motor betreibt. Ich weiß nicht, ob ihr das Klackern jetzt hört. Hier ist wirklich ein mitlaufender Motor drin. Und die Leute, die sich jetzt so ein bisschen mit Technik und den Größenverhältnissen bei Lego auskennen, fragen sich jetzt, wie soll das gehen? Das ist doch gar kein Platz für so einen Motor. Und das stimmt. Aber hier haben sich die Lego Produktentwickler etwas ausgedacht. Und dafür liebe ich diese kleinen 10 Euro Sets. Weil hier habe ich das Gefühl, dass sich die Designer noch ein bisschen mehr austoben können. Und zwar haben wir hier drei kleine hellgraue 1,5 Pins mit Noppe obendrauf, die quasi hier drin sitzen. Und dann haben wir da so eine 1x1 schwarze Rundplatte drauf. Und wenn ihr das seht, wenn wir das jetzt bewegen, bewegen die sich hoch und runter mit. Und das funktioniert mit Hilfe von so eierförmigen Lego Technik Teilen hier, die ich in der Art und Weise noch nicht oft bei Lego gesehen habe. Und diese eierförmigen Teile bewegen sich eben so mit, dass sie mal oben den Pin quasi hochdrücken und im anderen Moment er wieder runterfällt. Und ich muss sagen, das gefällt mir super gut, weil das ist keine super schwierige Lösung, aber dann wirklich super, super cool. Und ich habe mich direkt beim Bau gefreut und hatte super gute Laune. Und für mich bestätigt sich damit wieder, dass momentan die wirklichen Flaggschiffe der Technikreihen die kleinen Sets sind. Weil das sind meines Erachtens momentan die besten Sets. Wir haben ja wirklich coole Funktionen, eine interessante Bautechnik innen mit dem Motor. Und das für einen ordentlichen Preis. Ich meine, das ist für 10 Euro eingepreist. Wenn wir da noch die Rabatte mitnehmen im Online-Handel, haben wir vielleicht 7 bis 8 Euro. Aber ganz ehrlich, geht doch auch mal zum regionalen Lego-Verkäufer und kauft es dort für 10. Der freut sich darüber und ihr habt damit nun wirklich keinen riesen Verlust gemacht. Also ich kann wirklich sagen, egal ob ihr schon viel Erfahrung mit Lego habt oder wenig Erfahrung. Das Set ist für jeden was. Jeder wird damit Spaß haben. Für die Erfahrungen in Lego oder Klemmbausteinbauer. Es ist natürlich ein kleiner Snack für zwischendurch. Für den Einsteiger schon mal eine wirklich interessante Sache. Und ich freue mich super super auf den Teleskop-Lader, der von Lego ja auch noch rauskommt. Das müsste ja im März, glaube ich, sein dieses Jahr. Und ich hoffe, dass er wie dieses Set auch wieder überzeugt. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, schreibt doch gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich wie immer sehr interessieren. Und natürlich könnt ihr auch gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch dieses Video und diese Review gefallen hat und ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.